Bonnie Strange in Angst! Kommt ihr Baby heute noch zur Welt? Es könnte jeden Moment soweit sein. Erst vor wenigen Tagen verriet Bonnie Strange, 31, offiziell das Geschlecht ihres Babys, dass Abigail erwartet ein Mädchen und könnte nicht glücklicher darüber sein. Doch nun scheint der große Tag der Geburt schneller als gedacht näher zu rücken. Vor wenigen Minuten meldete sich eine besorgte Momuto B, könnte schon heute ihr Babygirl in den Armen halten? In ihrer Instagram-Story wirkt das Model etwas aufgewühlt und äußerte besondere Mutterinstinkte. Ich weiß nicht, ob das nur mein Kopf mit mir macht, aber es fühlt sich so an, als würde mein Baby bald kommen, schrieb die beunruhigte Bald-Mami ihrer Community. Darüber hinaus fragte die 31-Jährige ihre Follower nach Tipps für die Geburt. Um ehrlich zu sein habe ich schon ziemlich Angst, gab Walter zu. Bereits vor einigen Wochen sorgte die Brünette Bauti für einen kleinen Aufschrei ihrer Fans. Zusammen mit ihrem BFF-Rick Cardu Simonetti machte sich auf dem Weg ins Krankenhaus. Der It-Boy schrieb daraufhin in seiner Instagram-Story, Oh mein Gott! Ratet, wer ein Baby bekommt! Schon kurze Zeit darauf entschärfte die Situation aber. Mal cód Dummelo. Mal kindly 쫓nin! He andotto spielen! Zumglappen! Hä? 옆